Are you gonna lie about all day? Is it an option? Nope What happened to the train? You're weird Come on I'll race you Okay Wir sind offenbar raus aus dem Zug aber Warum und Er erinnert sich offenbar gar nicht an den Zug Gut I'll race you is gut ich kann mich gar nicht rennen Ich kann einfach nur gemütlich spazieren gehen Scarlett over here Ja warte mal Da oder da Hier gehts doch überall hin Ich guck erstmal ne Isaac Walden Und ein Kaninchen Ist der Kaninchen Junge vielleicht Isaac Walden der vor lang Ah Alter erschreck mich doch nicht so wenn ich vor dem Grab stehe Oh Junge All alone Oh Alter Isaac Walden All alone Das trifft es glaube ich Und das Zeichen hatte der Isaac Walden auf dem Arm Samuel Walden To see beyond the shores Of the common man Hey Das Zeichen hatte der Junge auf dem Arm Oder auf seiner Uniform Ich weiß gar nicht was es war Ich komme Warte kurz Bin gleich da Alte Frau ist kein D-Zug Ach da bist du Hey Alter bist du laut Hör auf so zu brüllen Mann Oh mein Ohr Oh mein Ohr Hör auf so rum Und siehst du was du finden kannst Okay Also doch wieder rumlaufen Okay Ah ist klar Hier zum Beispiel Hier ist Nichts Eine Sonnenuhr Blumen können wir nicht mitnehmen Was genau Ich suche hier Hier Bleiben Und ich werde dir helfen Bleiben Bleiben Oh nicht so laut Mann Du brüllst mir voll das Mittelohr aus dem Schädel Das Fountain ist schön Zum Glück antwortet er nicht drauf Kann ich irgendwas machen Hä Da ist ja so komische Dingens Aber dieser Schergel da Es leuchtet aber ich kann nichts machen Warum brauche ich einen Schal Hä So wo geht es da hin Das ist Das ist Das ist Boah ist ein lauter Junge So hier Was Was ist das Ich habe Ich habe ein bisschen ein Vase Das ist Warum Hast du dir all diese Dinge gebrochen Alles Geht mit es Es ist ein Abenteuer Das ist schon süß Er gibt sich Mühe Er gibt sich Mühe Er gibt sich Mühe für uns Hier oben ist nichts Wärme Ist hier nicht noch irgendwas Nein Nein Gar nichts Also müssen wir uns Dinge suchen Ja Gucke mal Warte mal Ha 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 Und Leben schenken Okay Okay Ach das ist ja cool Ja brüll doch nicht so Schön Schön Also ist hier doch was Wir brauchen nur was was wir da reinballern können La la Ich gehe mal ganz nur zurück zum Floß Und guck mal da ist ja auch noch dieses Haus Ja Da kommen wir offenbar Vielleicht von oben kommen wir da hin Ja 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 warte doch mal Ich guck doch nur Go back a bit Aber was du hast gesagt ich soll back gehen Was ist denn mit dem Jungen los Ich glaube der verarscht uns einfach nur Was ist denn? Hier liegt doch was Hab ich doch gesehen Von wegen go back a bit Ähm Es ist ein Stück von der Fountain Obviamente Ja ich wollte sie auch gerade drauf sitzen Oh genau Ich sehe das jetzt Ich gehe Ich gehe Aber bitte auf zu brüllen So Fett Ah es ist eine Sonnenuhr Ist ja gar keine Fountain Wo ist denn die Fountain? Da drüben Entschuldigung Kommen wir leicht verwechseln Sie sehen sich sehr ähnlich Und jetzt Leben schenken Ich dachte da kommt jetzt Da kommt jetzt Wasser raus Ja hör auf zu brüllen Alter Sonst klatscht es So warte Ohne Zähne Ohne Zähne kann man auch brüllen Warmer So da liegt Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Papierkette? Du hast es Wo denkst du es geht? Du hast alles selbst gemacht Das ist ziemlich cool Danke Die hat sich echt Mühe gegeben Um mit uns zu spielen hier Äh die Kette kann Zur Sch- Okay Hehehehe Oder? Ja So und Lehm schinken So ist auch repariert Ich hab Angst da wieder losbrüllt Da oben auf dem Berg vielleicht Mh Ja Ha 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 Hier kommen wir gar nicht hin Nein Hier hinten beim Grab Ich hoffe nicht Ja Ja Und das ist glaube ich der Kaninchen Kopf Liegt hier nochmal Jo Alles klar Ich guck hier drüben Ich guck hier drüben Hä? Wo denn hier? Ja aber das muss doch irgendwo sein Wenn du sagst hotta 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 very hot This place is kind of eerie Like it's all dead people stuff It doesn't scare me Ja das Ja das So kann man's Ja ich Ja Hotta hier Hotta hü Ja Was redest du denn da? Da ist das Zeichen Das soll weh sein Das soll weh sein Ah das ist das Scorching hot brennt heiß Aber ich seh doch Willst du mich verarschen? Alter Hier ist nichts Du Arschgesicht Ich mach dich Ich mach dich fertig Ach hier genau von meinen Füßen Da guck ich auch nicht hin So dann haben wir's aber gleich Wie? Aber ich hab doch schon fast alles zusammen gesetzt Ist doch schon wunderschön hier Guck mal Dein kleines Königreich Danke dass ich Teil davon sein darf So und jetzt Leben schenken So und jetzt Leben schenken Das ist alles Nice Job Das war Spaß Du kannst jetzt zurückkommen Ja vielen Dank aber hoff zu brillen Ich bin genau neben dir So Ich denke ich bin fertig Wow Das Ort sieht gut aus, nicht wahr? Mhm Jetzt was? Ein anderes Spiel Das wird ewig dauern Eins Eins Zwei Zwei Vier Fünf Vier Ja 96 147 351 Das ist falsch! 612 902 1000 Kommt, bereit oder nicht! Nein, warum?! Ich will nicht folgen Ich will nicht... Oh, was ist das denn? Ich will nicht folgen Ich will nicht folgen Ich will nicht folgen Äh, Gänsehaut Es ist der Kleine, ne? Es ist bestimmt der Kleine Und irgendwas muss ihm auch passiert sein Oh Gott, ich hab Gänsehaut Geh weg! Es ist so schön hier Warum ist das jetzt so eine riesige Höhle? Aber vielleicht braucht er Hilfe Vielleicht braucht er Hilfe Vielleicht braucht er Hilfe Der Isaac Isaac ist ein Name, der hat sich in Deutschland nie durchgesetzt Würde Augensack heißen Äh Don't! Finn, wo bist du?! Ich muss da reingehen! Ich kann sonst nichts machen! Er sagt Don't, aber er ist nicht da! Finn, hilf deiner Schwester! Ist das vielleicht der Grund, warum sie Verschwunden ist? Wir müssen rein, es hilft nichts Ich kann nichts anderes machen gerade Ich halte das auch für keine, 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 keine gute Idee Und vielleicht ist das der Grund, warum sie verschwunden ist Vielleicht nicht das Feuer Aber das Und ich glaube Ganz fest daran, dass sie verschwunden ist Wir müssen ihm vielleicht helfen Vielleicht... Aber vielleicht hat er einen letzten Wunsch Dann komm mit! Hilf mir! Das ist ein Abenteuer Wir spielen da oben, aber er braucht unsere Hilfe Du würdest doch auch wollen, dass jemand hilft Wir müssen das tun, aber komm mit Wenn wir zusammen gehen, passiert uns nichts Ein alter Minenschacht Ähm... Das ist das... Das ist das Baumhaus vielleicht? Und da ist wieder das schwarze Zeug Das schwarze Zeug, was wir ganz zu Anfang im Zug gesehen haben, wo Finn drin verschwunden ist Du hast jemanden in der Schule verbrannt? Du hast jemanden in der Schule verbrannt? Angekokelt wahrscheinlich, untersuchen Ich bin sorry, dass sie falsch kamen Es ist wie ein Mausoleum Rabbit Boy Das heißt... Das ist doch nicht Finn, der Kaninchenjunge, oder? Nein, glaube ich nicht Ja... Und das war's schon die ganze Zeit Einsammeln Picture Man Eine Batterie Eine Batterie Fins Stuff Oh, Jesus Das ist die Island Das ist die Island in der Lake Die Insel im See Die Insel im See Es gibt keine Batterie Wir haben eine Batterie Okay, warte kurz So Prinzess Scarlett Das ist schon süß Die Batterie ist wohl weg Die Batterie ist wohl weg Ich dachte wir werden die noch brauchen Ich dachte wir müssen die Taschenlampe jetzt mitnehmen, dass wir da durch dunkle Gänge irren oder sowas Die Insel im See Da ist die Insel im See Aber was hat's mit der Insel im See auf sich? Es gibt das Baumhaus Es gibt den Zug Es gibt die Insel im See Da wo wir draußen gerade waren Okay Ich hoffe ich habe nichts übersehen hier Theoretisch könnten wir wieder nach oben, aber Was? Cyan Umbra Oh man, das Ding ist gross Aaaaaaah Aaaaah Aaaaah Na los Na los Komm her Vielleicht ins Licht Wir ziehen's ins Licht Na, komm schon. So. Okay, das Umbra ist weg und ist allergisch gegen Licht, wie es aussieht, was immer dieses Umbra sein soll. Umbra, 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 Tätere. Scarlet and Finn's Treehouse. Okay. Keine gute Idee. Warum ist das Baumhaus plötzlich hier irgendwo in der Höhle? Hier ist auch der Baum, aber warum hier unten? Oder steigen wir gerade herab ins Fege... Ach, leck mich doch am Arsch. Alter. Two Rabbids. The future is not the present. That's too many. Ach du Scheiße. Und da hinten ist der... Und der macht da irgendwas? Ich glaube, er winkt uns. Kommen wir hier zum Gartenhaus? Guck mal, das ist doch Licht. Oh, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Bevor wir dem Kaninchen folgen... Down the rabbit hole. Bleiben wir noch mal ganz kurz hier. Hier ist aber nichts mehr. Ich hab gedacht, bestenfalls noch eine Puppe. Guck mal, da draußen ist nur die Höhle. Keine schöne Wiese mehr. Und mitnehmen... Können wir hier auch nicht. Ich hätte gedacht, vielleicht wäre hier noch irgendwas versteckt. Habe gedacht, vielleicht wäre hier noch was versteckt oder sowas. Aber leider gar nichts. Nichts in der Richtung. Okay, dann weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So... Es sieht hier so furchtbar aus. Und wir haben wieder ein lustiger Dialog-Rätsel glaube ich. Bin mir nicht sicher. Wenn überhaupt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sitzen nur... Aber war das Finn? Ach, die haben alle Knebel. Die haben alle Knebel. Die haben alle Knebel. Die haben alle Knebel. Die haben alle Kalkuline. Nein, wir wollen nicht so, die haben alle. Die ist es nicht so. Ich kann das in der Kalkuline.